zwischen 50, 60 und mehr Jahren erlebt, die es sehr lustig fand. Also es war gemischt, die meisten standen nicht drauf von den Älteren und der kleinere Teil fand es lustig. Leute, die sich mit Musik befassen, finden es wahrscheinlich lustig. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt kommt ein Lied, das ich schon über 100 Mal ohne Mikroskop, hätte ich beinahe gesagt, ohne das Ding hier gesungen habe und mit einem viel größeren Orchester in Berlin der Komischen Oper, in Porgy & Bess, There is a boat, that's leaving soon for New York, heute Abend mit einem Boot in New York. Und dann kommt, so geborgen ich mich in ihrer Runde auch fühle, ein Lied, wo ich nicht länger hier alleine stehen muss, sondern wo Beate Barwand, die Reizende, mich begleiten wird, musikalisch sozusagen. Aber zunächst, there is a boat und dann mach's gut, ich muss gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Klempke macht ja auch nur jedes Mal eine Katze auf. Wie viele Katzen sitzen da jetzt zu Hause neben den Kindern? Jedes Kind eine, drei Kinder, drei Katzen. Und wann kommt das vierte Kind oder die vierte Katze? Ich hatte eigentlich die Absicht, mit den Katzen aufzuhören. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich will es mal so sagen, fleißig ein bisschen Auge haben, aber das Publikum hat mir gut gefallen. Ich will es mal so sagen, was ich will es mal so sagen, was ich will es mal so sagen. Ich will es mal so sagen, was ich will es mal so sagen, was ich will es mal so sagen. Hallo Herr Fischer. Wir haben uns die Sendung gerade eben auch zusammen angeschaut. 20 Jahre ist es her. Erinnern Sie sich noch an diese Produktion? Haben Sie noch eine lebendige Erinnerung eigentlich vor Augen? Ja, jetzt nachdem ich mir das Video wieder angesehen habe und es sind viele Sachen natürlich, ich wusste nicht mehr wie es war, weil ich es ungefähr 20 Jahre nicht gesehen habe. Also 18 Jahre, dann sind bestimmte Dinge natürlich ganz nah gewesen und ich konnte mich sogar an Details erinnern. Aber das ist natürlich irgendwo ganz rührend, wenn man das sieht. Vor allen Dingen mit dem, was man damals glaube ich nicht geglaubt hätte, dass man mal 20 Jahre danach oder so überhaupt mal darüber reden könnte. Wie kam es zu der Sendung? Was für ein Konzept hat dahinter gesteckt? Ach, da stand eigentlich überhaupt kein Konzept dahinter, lediglich, dass also das DDR-Fernsehen natürlich bemüht war, so gut wie möglich Unterhaltung zu machen, also um natürlich auch dem Westen Konkurrenz zu bieten und zu sagen, wir haben auch was Eigenes, wir müssen nicht immer irgendwelche Künstler importieren, die die Leute also am Bildschirm halten. und da waren wir damals natürlich, glaube ich, ein ganz gutes Team und wir hatten es nicht nötig, uns da irgendwelche Stars aus dem Westen zu holen. Wir konnten mit den Leuten, mit denen wir also auch unsere Schallplatten gemacht haben, eine eigene Fernsehshow machen, die also funktionierte, die sich die Leute auch ansagen. Sie haben gerade gesagt, kein Konzept und man muss ja wirklich sagen, die Auswahl der Stücke ist ja aus einer sehr großen Bandbreite entnommen, also von Le Haar über Gilbert O'Sullivan, José Feliciano, gab es da wirklich nicht irgendwo eine Ordnung? Ja, natürlich gab es eine Ordnung. Wir haben also angefangen, indem wir also gesagt haben, wir wollen einfach eine eigene Musik machen, also eine eigene Version von Vokaltiteln und hatten ursprünglich vor, eigentlich alles, auch die eigenen Titel in Englisch zu singen. Aber das war natürlich nicht möglich, also das war zu einer Zeit, als Englisch natürlich noch in der DDR sehr verpönt war und eigentlich, man wollte das nicht. Also wir wurden im Prinzip gezwungen, die ganzen Titel, die wir selbst erdacht haben, also ich meine, das ist eine Sendung, wo also relativ viele internationale Titel gezeigt werden, aber die meisten Schallplatten, die wir gemacht haben, das waren ja völlig eigene Titel, wo Manfred Kug die Texte geschrieben hat und ich habe die Kompositionen geschrieben. Und als wir anfingen, Ende der 60er Jahre, wollten wir das natürlich auch Englisch machen. Wir wurden gezwungen, das in Deutsch zu machen. Das war eine Zeit noch lange vor Lindenberg, also Deutsch war noch gar nicht so salonfähig. Und wir haben es gemacht und haben natürlich gedacht, hoffentlich geht das gut und es ging wunderbar. Wunderbar, weil es funktionierte wirklich vom Baby bis zur Oma. Und da Kug natürlich auch ein Interpret war, der selbst den blödesten Text, also mit dem Augenzwinkern über die Rampe bringen konnte, war das natürlich alles relativ einfach. Wie sind Sie beiden eigentlich zusammengekommen? Wir sind schon in den 60er Jahren, ich war da noch Student, bei Klaus Lenz zusammengekommen. Und zwar sang Manfred Kug immer mit einer Big Band, einmal im Jahr bei der Klaus Lenz Band, die sich dann immer zu einer Big Band formierte. Und das war die beste Band, die es in der DDR gab. Und ich spielte zu dieser Zeit als Student da Saxophoren, spielte der Erstes Alt oder Tenor und alles, machte alles mit. Und so kam es, dass man also irgendwie mit dem Auto zusammen zu Konzerten fuhr und man unterhielt sich, was machst du nicht, sondern ich studiere Komposition und dirigieren und so. Ja, und hatte natürlich damals auch Pläne. Und was machte er zu der Zeit? Er war Schauspieler und Sänger und war aber damals noch, sagen wir mal, mehr auf das Nachsingen angewiesen, also von Gershwin bis irgendwelchen Ray Charles Titeln oder Platz Valentiers, die man damals halt zu Konzerten sah. Auch ein Deutsch dann? Oder waren die im Original? Nein, nein, die waren im Original. Die waren im Original. Und ich kam dann irgendwann so ab 1968, 69 auf die Idee, also auch mal einen Titel zu erfinden. Also in dieser Richtung, wo ich natürlich eigentlich immer ein bisschen avantgardistischer sein wollte. Und natürlich, also so einfache Dinge wollte ich damals nicht machen. Ich wollte ganz große Sachen machen. Und dachte, naja, schreibst du mal zwei einfache Titel. Und spielte sie dem Krug vor, also mit der Absicht, dass man vielleicht mal eine Single oder was machen könnte. Und er sagte, also wir machen da nicht eine Single, du schreibst noch zehn andere Titel und wir machen eine Langspielplatte. Und das war der Anfang. Und so geschah es? So geschah es. Und das war wann ungefähr? Anfang der 70er? Das war 1970, ja. Und dann produzierten wir 1970 die erste Langspielplatte. Das war nur ein Moment, hieß die. Und die kam dann 1971 raus und war natürlich gleich ein Riesenerfolg. Es gibt so Anspielungen in der Sendung, wo er sagt, ich vermiete meine Platten, ich verleihe meine Platten. Man kann sagen, dass es eher rare Teile waren, diese Scheiben. Ja, das ist eine heute unvorstellbare Sache, dass man Platten, die also verkauft werden könnten, nicht bekommt. Also, dass die unter dem Ladentisch gehandelt wurden. Und jeder, der jemanden kannte im Schallplattenladen, der konnte also dann so eine Schallplatte kriegen. Und da natürlich, es gab zu wenig Pressmasse, zu wenig Plattentaschenpressmöglichkeiten. Und das führte also dazu, dass die Dinger unter dem Ladentisch verkauft wurden. Sie haben also im Grunde Ihre Karriere so gegenseitig ein bisschen befruchtet. Sie haben die Lieder geschrieben, mit denen Krug Erfolge hatte. Aber Manfred Krug hat Sie ja auch so ein bisschen entdeckt. Zumindest liest man das, dass er jemand war, der Ihrer Karriere auch einen kräftigen Vorschub gegeben hat. Na ja, das kann man so oder so sehen. Ich habe ja damals schon, in dieser Zeit, habe ich ja auch schon Filmmusiken gemacht. Also erste große Filmmusiken und alles mit großen Orchestern. Und habe also, sagen wir mal, schon versucht, meinen eigenen Weg zu gehen. Weil der Krug war eine Sache in meinem Leben. Und ich habe natürlich damals auch sehr viel am Deutschen Theater oder am Berliner Ensemble große Theatermusiken gemacht. Oder Schauspielhaus Zürich oder Burgtheater Wien. Und habe also schon auch meine eigenen Dinge gemacht. Aber eins muss man natürlich sagen, am effektivsten und am Publikum das wirksamsten waren natürlich die Sachen mit Krug. Das ist logisch. Weil das natürlich auch jeder mitbekommen hat. Ja. Wie würden Sie die Hauptunterschiede charakterisieren in der Fernsehunterhaltung damals, zwischen dem Osten und dem Westen? Mal abgesehen von der Sprache. Was gab es da für Unterschiede eigentlich? Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Aber ich würde das so sehen, wir, ich meine, das, was wir gemacht haben, das war sowieso nicht der Tagesschlager. Also wir wollten, sagen wir mal, ein bisschen gehobeneres Niveau machen. Was also ein bisschen in die Jazz-Richtung ging und in eine ganz andere Richtung, die eigentlich nicht so breitenwirksam war. Und wir hatten das Glück eigentlich, dass das DDR-Publikum aus Ermangelung, dass es natürlich Heino und Roy Black und so eine Leute nicht gab und man die auch nicht verkaufen konnte, mussten die Leute halt irgendwo was anders sich anhören, wenn sie was eigenes anhören wollten. Und da kam das eigentlich, das war eigentlich ganz gut, aus dieser Abmachung dazu, dass da so ein bisschen ein höheres Niveau, glaube ich, also auch den Leuten aufgezwungen wurde. Weil die hätten natürlich viel lieber ein Konzert von Heino oder so erlebt und als mit uns vielleicht... Und mussten Manfred Ruck nehmen, tatsächlich. Und mussten dann irgendwo und es bekam dann, also man machte Jatz und Lyrik und so weiter. Und das waren immer irgendwo so Ersatzsachen, die aber dann funktionierten. Ich meine, das war natürlich nicht so, dass wir irgendwie eine Ersatzsache gemacht haben. Also das kehrte sich dann um und ich finde, das ist heute noch so. Und wenn ich heute Konzerte mache, da kommen also noch Fans von vor 20 Jahren und die Buden sind ausverkauft, ob das Theater oder so. Diese Tradition gibt es im Westen gar nicht. Wenn man da Jazzkonzerte machte, da war das immer im kleinen Rahmen, also in irgendeinem Jazzclub, dann mit 30 oder 50 oder 100 Mann. Aber hier haben wir mit fünf Personen zweimal den Friedrichstadtballast gefüllt mit 3000 Mann. Das muss man sich mal vorstellen. Wo waren Eingriffe? Sie haben gerade gesagt, man durfte nicht und wir sollten aber. An welchen Stellen wurden für Sie Eingriffe spürbar in Ihrer Arbeit damals? Ach, eigentlich war das gar nicht mehr so schlimm. Ich meine, man hat damals, natürlich, man durfte nicht Englisch singen. Man durfte keinen Titel machen, der also einen englischen Text hatte. Es sei denn, es war irgendwas Originales und da musste es natürlich eine große Genehmigung geben, genau wie bei dieser Greens, bevor wir die machen konnten. Das war so die dritte Platte in unserer Trilogie. Ja, naja, es sind da noch ein paar. Und noch ein paar. Ja, ja. Und das war natürlich, weil es natürlich auch Devisen kostet. Es hatte ja eigentlich den Hauptgrund immer, die konnten keine Devisen ausgeben. Das war alles zu teuer und deshalb wollte man natürlich auch lieber eigene Sachen haben. Und die Greens war wirklich eine Ausnahme. Ich meine, da musste ja, wenn für jede Platte, die gepresst wurde und verkauft wurde, musste ja an die GEMA hartes Geld abgeführt werden. Aber ich meine, bei uns waren eigentlich, als es dann funktionierte, die Eingriffe relativ harmlos. Als man sah, dass es funktionierte und dass der Erfolg da war. Wie war Ihr Verhältnis? War es eine Art von Arbeits-Kollegen-Hafte-Beziehung oder wurde daraus eine engere Freundschaft? Tja, also das war eigentlich eine sehr schöne Arbeit, weil ich glaube, so ein Talent wie Krug in der damaligen Zeit, gibt es auch bloß alle 50 Jahre einmal, weil der Mann wirklich ein musikalisches Talent hat und sehr gut singen kann. Und natürlich auch ein Jazz-Feeling hat und obendrein also auch noch texten kann. Das schloss aber nicht aus, dass wir also in der Arbeit ganz hart miteinander umgingen. Weil natürlich, das sind so ein paar Sachen, wo ich am Anfang, also auch, weil ich natürlich vom Stilistischen her, sagen wir mal, lieber bei Platz für den Tiers oder irgendwo angeknüpft habe, hätte. Und er natürlich, sagen wir mal, so ein richtiger Zwingenmann war. Und das sind aber so kleine Sachen, wo man dann sagt, na gut, ich hätte es ein bisschen mehr vielleicht anders vorgestellt. Aber da alles so gut funktioniert hat und alle fanden es toll, was soll man dann noch sagen? In der Sendung wirken Sie ja sehr traut. Also die Schlussnummer, die ja immer noch so ein letzter Auftritt des Solisten ist, singen Sie zu zweit. Was ja für mich so ein Signal war, dass da zwei sind, die sich einfach sehr gut verstehen, wenn Sie sich den Abgang von der Bühne teilen. Ja, ich glaube schon. Also ich meine, weil wir beide hohe Qualitätsansprüche hatten, glaube ich, blieb uns gar nichts anderes übrig, als uns zu verstehen, weil es gar nicht so viele Leute gab, mit denen man hätte arbeiten können. Wie ging es dann eigentlich weiter? Krug wechselte in den Westen 1977. Haben Sie den Kontakt zu der Zeit schon verloren gehabt eigentlich oder ging das noch weiter? Nein, nein. Wir haben den Kontakt behalten und haben uns natürlich sehr selten, aber ab und zu doch gesehen und wollten eigentlich auch musikalisch weiterarbeiten. Aber das ist natürlich alles sehr schwierig gewesen. Vermissen Sie das? Würden Sie von sich aus sagen, wenn Sie zurückblicken, ich hätte es ganz gerne noch länger gehabt? Nein, ich glaube nicht, dass man so etwas herausfinden kann. Außerdem kann man sowas nicht wiederholen. Man kann auch nicht jetzt sagen, jetzt mache ich das nochmal genau, was ich damals gemacht habe. Ich finde, das ist eine Milchmädchenrechnung, weil beide Teile irgendwo dann vielleicht verkrampft oder irgendwie rangehen und nicht mehr diese Lässigkeit und diese Kreativität an den Tag legen können. Also Manfred Krug ist ja erfolgreich zur Zeit, wer weniger als Sänger, als Entertainer, aber Sie ja nun wirklich nicht minder, denn Sie sind ja nun aktiver denn je. Wir mussten uns Mühe geben, mit Ihnen überhaupt so einen Gesprächstermin zustande zu kriegen, weil Sie ja komponieren und arrangieren wie der Teufel zur Zeit. Was machen Sie im Moment? Ach, im Moment mache ich gerade unter anderem, also Fernsehen, eine Sache, Kapitän Harmsen heißt das wahrscheinlich, im Titel.